Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zu einer Ankündigung. Wie die meisten von euch sicherlich wissen, wird Imperator Rome heute Abend am 25.04. auf Steam freigeschaltet und ich habe vor, einen Multiplayer-Stream mit euch zusammen zu veranstalten. Einerseits, weil ich natürlich will, dass ihr bei meinem eigenen Stream dabei seid, entweder als Zuschauer oder als Mitspieler und ihr aber auch selber spielen könnt, weil ich ja weiß, dass viele von euch sicherlich Feuer und Flamme auf das Spiel sind. Und falls ihr direkt Bock habt, hier in den Multiplayer reinzusteigen, einzusteigen mit mir zusammen hier, dann lade ich euch herzlich ein. Heute Abend um 20 Uhr startet das Ganze dann auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv-mörb, findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. an den üblichen Orten auf Twitch. Und darüber hinaus solltet ihr, wenn ihr als Mitspieler dabei sein wollt, natürlich auch ein bisschen Zeit mitbringen. Ich habe vor, so circa bis 0 Uhr zu streamen. Klar, könnt ihr natürlich auch früher aussteigen. Das heißt aber dann quasi, dass euer Reich dann mehr oder weniger innerhalb von der KI weiter kontrolliert wird. Und ihr solltet im Idealfall vielleicht so 10, 15 Minuten vor 8 da sein. Also so um 19.45 Uhr solltet ihr auf meinem Discord zugegen sein. Und den zeige ich euch gerade eben mal, wo ihr genau da hin müsst. Da müsst ihr nämlich, zack, hier hin einfach. Das hier ist mein Discord. Das hier ist der Strategie-Aufnahme-Kanal, in dem ich mich hier befinde. Ihr müsst einfach nur so ein bisschen runterscrollen und dann, wenn ihr bereits auf meinem Discord gemeldet seid, also quasi die entsprechende, ich zeige es mal hier an den Grinsel, die Rolle Zuschauer inne habt, dann seht ihr diesen Bereich. Dann geht ihr hier in diesen Wartesaal und ich werde hier drin sein und werde euch dann so einladen, reinziehen und so weiter und so fort. Dann werden wir das Ganze hier, ja, möglich machen. Falls ihr noch nicht auf meinem Discord gewesen seid, müsst ihr euch hier, ich bin neu und brauche Freischaltung hier, anmelden. Da steht ihr zwar gerade eben eine ganze Menge Quatsch, aber normalerweise schreibt ihr dann da rein und dann können Leute wie Hans Heinrich oder auch Fireking und so weiter und so fort euch freischalten. So viel dazu, liebe Leute. Ich lade euch herzlich ein. Seid heute Abend dabei, wenn ihr wollt, hier im ersten Imperator-Rom-Multiplayer-Stream, den ich zumindest bis jetzt überhaupt gesehen habe. Ich bin gespannt, wie das Ganze funktioniert, was ihr spielen werdet. Ich weiß selber noch nicht, was ich spielen werde. Ich persönlich empfehle tatsächlich eher kleinere Reiche, weil die wirklich großen Reiche, sage ich jetzt mal, die sind unter Umständen schon ein bisschen bahnbrechend für so einen Multiplayer-Stream. Aber je nachdem, wie viele wir sind, können wir vielleicht auch das ermöglichen. In dem Sinne, freue ich mich auf euch. Macht's gut. Schöne Zeit. Bis heute Abend. Ciao, ciao und bis dann.